diese bärchen möchte ich euch heute zeigen sind ungefähr am stück gehäkelt und sind eigentlich für kleine babys und kleinkinder geeignet weil da sind keine knöpfe dran oder sonst irgendetwas was in den mund nehmen können also bis gleich also für diese bärchen die am stück eigentlich genäht werden gehäkelt werden brauchen wir baumwolle wieder mal reste bevor man sie weg wirft kann man solche süße für babys kann man gut knubbeln sind keine perle nix dran können sie auch mal in den mund nehmen und schwarzes dünneres garren für augen und mund dann die häkelnadel stopfladen und natürlich meine anleitung die müsste jetzt hier was abzeichnen ich habe die ex auf karo papier gemacht dann könnt ihr das genau sehen wie hier 25 kästchen eine dazwischen ist für hier diese zwischenbeine und hier ist denn die reihen und wie viel maschen wir fangen mit weiß an diesmal wird kein fadenring wie ich statt sonst immer habe diesmal wird einfache luftmaschen das sind sechs stück oder oben ein zwei drei vier fünf sechs die siebte zum wechseln zum drehen die wände und jetzt immer feste maschen hier rein also so ganz einfach wird ist auch schnell gemacht so noch eine dann drehen eine luftmasche und wieder die sechs davon habe ich drei reihen jetzt zeige ich euch jetzt das andere das ist ganz einfach brauche ich euch nachher nicht das wäre jetzt die zweite aber damit ihr nicht so viel zu vernähen hat habt solltet ihr die faden immer mitnehmen so noch einmal luftmasche und jetzt jetzt möchte ich die hose in uni und der pulli mache ich dann in farbe so ob schon hier anfangen da das schneiden wir ab so rufmasche reinstechen und den nimmt er den weißen faden mit also immer mitnehmen dann braucht ihr die nachher nicht zu vernähen den lasst du dahinter immer liegen so seht ihr und den anderen könnt ihr hier den hier nachher beide bei die nächste reihe könnte den mitnehmen weil das ist da denn dieselbe farbe hätte dir jetzt auch mitnehmen können ja ok und so macht ihr das weiter hier hier mit ele freien und dann zeige ich euch das hier wie ihr damit die zwei maschen und das jetzt zweimal sind ja zwei beine jetzt habe ich so fertig soweit müssen wir ja die zwei feste maschen hier dazwischen als machen wir zwei luftmaschen 12 häkeln jetzt hier weiter die drei nach nach hinten so 1 4 5 6 drehen um neben den faden nach hinten den ich hier abgeschnitten habe und nehmen den mit schatt hat sie erst mal hängen gelassen zum nachher hier vernähen auch das war so ein ein fummelerei das machen wir nachher anders und den vernähern ist auch umständlich also nehmen wir den mit und dann ist er weg so jetzt kommen wir gleich an die luftmaschen nach kommst du so hoch und dann nehmen wir die erste luftmasche hier wirst du jetzt die zweite luftmasche das ist jetzt die zwei und jetzt bin ich wieder an dem einen bein da kann ich wieder normal häkeln bis zum schluss seht ihr und was ihr auch immer noch könnt wenn ihr das hier mit die kästen schon macht ihr könnt das hinlegen seht ihr das ist genau die 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 größe die kästchen jetzt zwei jetzt kommen hier fünf reihen und dann nehmen wir diese wolle da kommen noch einmal fünf reihen das sind jetzt 14 5 rauf und dann zeige ich euch wieder wie es hier weiter geht jetzt bin ich bis unter der arme seht ihr jetzt mache ich sechs drehen könnt ihr wie ihr wollt so rum sechs luftmaschen dieses wird ja weiß das häkel ich nachher da dran seht ihr das wird in einmal in eine andere richtung gehäkelt wird dran gehäkelt also jetzt sechs luftmaschen eins zwei drei vier fünf sechs und wie üblich die wende luftmasche und häkelt ihr jetzt die sechs ganz so rum und hier wieder sechs und dann machen wir sieben reihen und dann wird hier die sechs weniger und zwölf für den kopf gehäkelt 10 10 für 10 rein für den kopf das sind zwölf maschen hier feste maschen die insgesamt sind sind 24 hier sechs zu dazu und hier wird wenn ihr hier seid nur bis hier die zwölf und zehn reihen rauf habt ihr dort auch hier sehen so ok machen wir jetzt habe ich es fertig bis zum hals hier habe ich diese sechs feste maschen gehäkelt jetzt kommt der kopf ja in weiß also dann schneiden wir hier wieder ab ein stück so und jetzt kommt weiß na anfangen wo bist du denn ach der hunderei so und da vergesst nicht wieder alle beide mitzunehmen so und jetzt häkeln wir zwölf feste und nimmt die zwei fäden wieder mit brauche dann nicht zu viel nähen und dreht nicht so viel zähl zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf so habe ich den kopf drehen eine luftmasche und jetzt kommen die zehn reihe rauf das können wir jetzt abschneiden so und wenn ihr da oben seit die zehn reihen dann kommt dasselbe entgegengesetzt dann noch mal zehn reihen in weiß das wird ja nachher hier seht ihr so einmal umgeknickt und dann wird das gleich gleich gehäkelt ok das machen wir jetzt auch jetzt habe ich ihn fertig soweit jetzt fehlen hier nur noch diese arme diese hände und die werden jetzt sechs maschen in vier reihen die werden jetzt hier dran gehäkelt den faden wieder mitnehmen damit wir nachher nicht vernähen müssen eins zwei drei vier 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 fünf sechs so und dann wieder wenden eine luftmasche sechs und davon vier reihen und das jetzt an allen vier seiten ok und dann wird das manchmal liegt man dadurch die wieder raus machen kann so aus die nadel mache ich nachher fertig dann legt er das zusammen ach so was ich auch mit meiner rest ich habe gesagt wird alles aus restlinien macht jetzt reichte meine reste nicht jetzt habe ich hier einfach der pulli ein bisschen länger gemacht es gibt ja pullis die hinten was länger sind so dass ich würde alle reste aufbrauchen jetzt ist hier der zu kürzer hinten länger ihr könnt also auch mal die farbe anders machen wie die farbe die farbe anders wie die oder 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 in streifen also können machen wie ihr wollt sieht immer gleich süß aus und dann wenn ihr das zusammen habt nimmt er einen weißen bei hier wäre das jetzt ein weißen faden und jetzt wird das hier gut zusammenlegen vorsichtig von oben runter und nicht von unten und wenn ihr ungefähr sagen wer unter die arme seid tut er mit watte schon mal füllen hier mit bastel watte und das machen wir und dann zeige ich zeige ich euch statt wie das hier weiter geht jetzt haben zu genäht und vergesst also bis hier zur hälfte deshalb hier zwei nadeln für die reste hier noch eine beine haben mit watte ausgefüllt und hier oben für die ohren einmal so schräg genäht jetzt nähe ich hierzu und lass noch eine kleine öffnung für noch einmal mit watte füllen dann das gesicht und dann sind wir fertig also bis gleich so jetzt habe ich alles zu genäht mit watte gefüllt jetzt kommen die augen und die nase dran jetzt machen wir mit zwei nadeln mal so ein bisschen höher so so könnt ihr das schon mal ein bisschen ok dann kann man das wieder raus tun gut ich mache jetzt hier ein paar knoten so aber schön dass das unten ist der knoten und nicht hier oben und so na wirst du jetzt schön unten bleibt so einmal noch einmal noch einmal kommt jetzt drauf an wie dick ihr das auge jahren hättet rutscht mich doch nicht immer weg mal ein bisschen so ok der reicht mir schon so gehe ich wieder zurück und da hatte ich den knoten vom faden also mache ich hier nur noch einen sonst wird der zu dick die chef nadeln immer mitnehmen dann müsst ihr nachher das münchen mitmachen so ok dann ist ok so und jetzt gehe ich mache ich das hier so ja hier rein und mache hier so groß das münchen dann habe ich der strich wo ich das jetzt nicht jetzt gehe ich hier in der mitte und steche ein paar mal rauf und runter so dass ich das schön dicht habe seht ihr das hört dazu von meinem bauch weil der rutscht mir immer weg der hält nicht so und da vorne damit das weiße da noch weg ist ok ich glaube dann haben wird ungefähr jetzt gehe ich hier da nein nein erst runter so wieder rauf und dann so und hier und dann wieder da müsst ihr ein bisschen das augemaß haben so und da wieder zurück wenn euch das nicht schwarz genug ist dann könnt ihr noch ein paar mal hin und her machen und dann vernähen so hätten wir alles fertig da könnt ihr jetzt abschneiden und dann dieses hier hoch ziehen sodass der faden nach innen geht so habe ich meine drei fertig jetzt zeige ich aber euch zuallererst noch einmal die anleitung tut das auf vollbild und dann könnt ihr das mit die quadrate so abzeichnen hier sind wie viel feste maschen und reihen es sind ok das sind meine drei mäuschen die ich jetzt habe so und wenn es euch gefallen hat geben sie uns einen daumen nach oben und über jedes abo würden wir uns freuen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal